Also dann! Scheiße, wir ziehen hier alleine. Wir schenken unserem Nachbarn eine Vergnügungstour. Es geht weiter. Bye, Ben. Will einer von euch vielleicht mit uns eine Tour machen? Was ist mit dir, hä? Hey! Kein Lächeln für Frank? Nein? Scheiß drauf! Wir gehen! Willst du mit Raymond gehen? Na, komm! Ich sehe dich am Dienstag, Frank. Ja, Ben. Jetzt ist es dunkel. Let's fuck! Ich fick alles, was sich bewegt!